Hallo Freunde, mir wurde vor kurzem ein Video empfohlen, es mir mal genauer anzuschauen und siehe da, es ist bestimmt wieder nur eine Angstmache. Ich habe erst überlegt, den Mist nicht mit euch zu teilen, aber ich dachte mir, ach komm, schaut es euch selber mal an und erzählt mir eure Meinung. Das Video ist im US-Bundesstaat Pennsylvania entstanden. Das Video sollte eigentlich ursprünglich nur auf Facebook veröffentlicht werden und der User glaubt, der das Video gemacht hat, dass die US-Weltraumbehörde NASA die Wahrheit vor den Menschen verbirgt. Also ich denke, es ist nur eine Linsenreflexion. Wenn so ein großer Planet plötzlich sichtbar im Himmel zu sehen ist, wäre die Hölle los und außerdem würden wir und die Erde es auch schon gravitationstechnisch zu spüren bekommen. Die NASA und alle Medien würden wahrscheinlich schon längst darüber berichten, also wird es kein Planet sein. Im Internet ist natürlich gleich wieder die Rede von Nibiru, aber das halte ich für Unsinn. Welche Erklärung ihr für realistisch erhaltet, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren posten. Dann war es das auch schon mit den News. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Okay? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.